Peace Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Erstmal frohe Weihnachten, guten Morgen, schönen Tag wünsche ich euch und wir haben gestern zum Heiligabend auch ein Geschenk von EA Sports bekommen. Bevor wir reingehen, lasst gerne ein Like da. Wir werden heute, ich habe im letzten Video gesagt, wir machen das Pack nicht. Kommentare waren zu 50% aus, Robby wird das Pack im Shop sowieso öffnen und ja, ihr habt recht, ich werde das Pack sowieso öffnen. Und wir haben das 300k Pack bekommen. Wir haben aber auch neue Ligen SBCs bekommen, wir starten direkt rein. Ich werde das Pack vorweg mit Points öffnen. Ich bin ja RTG Spieler, ich habe keinen Cent aufgeladen in dem Spiel. Jetzt kaufe ich mir aber for free eine Icon. Dieser Kanal besteht aus Trading, aber auch unter anderem auf den neuesten Content spezialisiert. Und ich will das Pack testen, aber ich sehe es nicht, einen 300.000 Coins dafür zu bezahlen, weil es halt komplett untradeable ist und die Coins sind dann einfach weg. Die Coins, die ich habe, brauche ich ja wiederum für guten Content. Ich muss mich ja hier nicht rechtfertigen. Ich werde das Pack auf jeden Fall erkaufen oder mir kaufen. Ich habe ja noch PSN Guthaben Karten von meinem Sponsor. Die Karten brauche ich ja nie oder benutze ich ja nie, weil ich ja RTG bin. Deswegen ist da noch viel über. Ich werde drei Leuten von euch auch das Pack, sage ich mal, holen. Schreibt mir auf Instagram, ich schicke euch die PSN Karten zu. Da kann ich vielleicht ein paar Leuten von euch noch eine kleine Freude, sage ich mal, machen, wenn ihr das Pack auch öffnen wollt, aber es auch nicht mit Coins öffnen wollt. Folgt mir aber dafür natürlich hier auch auf Instagram und hier auf YouTube folgen, weil es natürlich auch einen Supporter gewinnen muss. Aber so viel dazu, Freunde. Wir kommen erst mal zu den Ligen-SPCs. Und wir haben, oder ich habe euch ja in der letzten Woche gesagt, ey, wir bekommen da was Richtung Ligen-SPCs. Und sie haben so ein Winter-Ligen-Upgrade-Ding gebracht. Und mein Bruder, Jenna, grüße gehen raus, der hat das gestern gemacht und hat direkt im ersten Pack Peter Schesch gehabt, da so ein Icon drin gehabt. Hier haben wir die Winter-Ligen-Upgrades und wir gehen erst mal rein in die normalen Upgrades. Hier müsst ihr elf Lipatadores- oder Südamerikaner-Spieler abgeben. Spieler aus einem Verein, genau elf, maximal Silber, 60er-Teambewertung und 15 Chemie. Bekommt ihr ein Prime-Silber-Pack, dann hier ein Gold-Pack. Aber die ersten beiden Packs waren ja auch im letzten Jahr nicht dafür bekannt, sage ich mal, unbedingt gut zu sein, sondern es geht ja um das Gesamte. Hier haben wir zum Beispiel auch nur ein 7K-Pack, aber man braucht auch, sage ich mal, nur die kleinen Ligen. Das passt ja noch. Vielleicht sind sie gerade etwas teuer wegen dem Hype. Wird sich aber auch legen, weil die ja alle immer wieder wiederholbar sind. Und am Ende gibt es hier noch ein Premium-Gemüchtig-Spieler-Pack, MLS- oder EFL-Championship. Und ganz am Ende gibt es dann ein kleines 50k-Pack, wenn ich mich nicht täusche. Wir können ja mal hier kurz nachschauen. Richtig ein kleines 50k-Pack. Kostenpunkt gerade 60.000. Finde ich doch etwas übertrieben. Würde ich mir auch niemals kaufen, weil darunter ist nur das kleine 50k-Pack gut. Die vier Packs hier drin sind absolut Quatsch. Aber wenn man das mit einem Verein hat, kann man die immer mal wieder auffüllen. Man kann das ja auch cool craften. Wenn ihr dazu ein Video haben wollt, wie man sich die Ligen-SPCs gut ercraftet und günstig auch ercraftet. Schreibt es gerne in die Kommentare, können wir dann für morgen festhalten. Auf jeden Fall haben wir noch die Premium-Winter-Ligen-Upgrades. Und um die geht es heute. Die Ligen bei 40.000 sind sogar günstiger. Und ich habe, ich sage ehrlich, kurz reingeluschert. Und Jungs, reingeluschert habe ich noch nie gesagt. Wir haben hier deutlich bessere Packs. Wir haben hier ein kleines 50k-Pack, nicht am Ende, sogar schon mittendrin. Hier müssen wir La Liga oder Premier League-Spieler abgeben. Hier kriegen wir ein kleines 45k-Pack, sogar tradable. Müssen wir halt nur Bundesliga- oder Serie A-Spieler abgeben. Dann haben wir hier Prime Electrum-Untrade und Jumbo-Gold-Pack tradable. Wir werden es einmal abschließen komplett und werden uns mal anschauen, was wir hier rausbekommen können. Premier League oder La Liga-SPC ist komplett aus dem Verein abgeschlossen. Und ja, einfach, ich habe hier Premier League La Liga-Spieler reingestellt. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass alle Spieler aus einem verschiedenen Verein sind. Vier seltene Spieler und in 79er Bewertung. Alles andere regelt sich eigentlich von alleine. Ich habe das einfach hier mit, ich glaube, neun oder acht Premier League-Spielern gelöst und drei La Liga-Spielern. Und dann haben wir unser erstes Pack, 50k-Pack klein. Hier raus hatte mein Bruder eine Icon. Ja, ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich auch hier raus eine Icon bekomme. Aber, okay, nicht mal Leinwand, stark. Bundesliga und SDA auch abgeschlossen. War einfach exakt dieselbe Anforderung wie bei den Premier League-Ding. Nur, dass wir hier drei seltene Spieler brauchen und nur ein 77er Team. Und da haben wir jetzt ein Prime-Gold-Spieler-Pack klein, sogar tradable. Deswegen, Freunde, einmal bitte festhalten. Wir gehen rein ins 45k-Pack klein. Ich habe nicht gesagt, dass da was rauskommt. Ich habe nur believed. Okay, und zu guter Letzt haben wir noch die Lipatadores und Comnebol-Karten. 74er Team, drei seltene, Minimum acht Gold-Spieler. Ich glaube, ab 75 habt ihr eine Gold-Karte sozusagen bei den Comnebol- oder Südamerikaner-Karten. Senden wir ab und somit haben wir die komplette SBC abgeschlossen. Premium Winter-Ligen-Packs. Klar, es kann bei dem einen krass sein. Wenn ihr was gezogen habt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Bei mir war es bis jetzt nicht so gut. Ihr habt gerade gehört, bei meinem Bruder, ein Pack, direkt eine Icon in dem Pack. Ich finde es okay. Ich finde immerhin, haben wir Ligen-SBCs bekommen. Ich würde das Prinzip gar nicht schlecht reden, so rum. Und selbst wenn gerade die Spieler etwas teurer sind, was ich gerade bemerkt habe, weil man bei der ersten SBC elf Spiele aus einem Verein abgeben muss. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt eingeblendet hatte. Ist halt der Hype am Anfang. Jeder will es abschließen, weil es neu ist mit der Zeit. Sie ist ja irgendwie drei Wochen wiederholbar. Werden Sie auf jeden Fall droppen die SBC. Und ich finde, ey, kann man sich cooler craften, Freunde. Und das will ich nicht schlecht reden. Immerhin haben wir mal hier Crafting-Content bekommen. Mein Account ist so dumm. Also wirklich, mein Account ist dumm. Nicht mal schlecht, sondern dumm. Dumm schlecht. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das waren meine Ligen-Packs. Okay, das auf jeden Fall zu den Ligen-SBCs. Jetzt kommen wir zu meinem Icon-Pack. Ich werde die 20er jetzt kurz aufladen. Dann gehen wir rein. Ich bin ehrlich, bin aufgeregt. Ja, Base-Icon-Pack muss man sagen. Aber ich habe hier wirklich keinen Bock, mit einer absoluten Müll-Icon, sage ich mal so, rauszugehen. Irgendwas cooles vielleicht. Ich habe vieles auf Twitter gesehen. Jacinio, Ronaldinho, Pelé habe ich gesehen. Aber ja, die gibt es natürlich auch. Es gibt aber auch Packs, wo ich nur einen Liebmann gesehen habe. Ein Icon-Pack. Ja, ein Icon-Spieler-Pack. Warum Shop-Pack? Also, dass man mal im Shop eine Icon bekommt, dass dieser Tag gekommen ist. GG EA Sports. 3, 2, 1, 3 und... Nein, oh mein Gott, zum Glück habe ich keine Coins. Das wäre... Das hätte wehgetan. Let's go. Come on. Mit offenen Armen empfange ich meine hoffentlich gute Icon. Bitte! Ja! Nein, nein, nein! Ich habe also keine Ahnung. Mein Account ist kaputt. Nein, macht Licht aus. Mein Account ist offiziell kaputt. Der ist tradable sogar. Juckt doch gar nicht, Bro. Ich habe gerade 25 Euro für PT bezahlt. 25 Euro, yay! Stell dir mal vor, ihr hättet 300k bezahlt. Lasst euch bitte... Ich bin hier nur... Chat, ich bin hier nur der Experimentierer. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin dafür da. Dafür guckt ihr gerade das Video. Nicht bitte nach... Also, bitte nicht nachmachen. 300k für eine... Bro, wie kostest du? 80k? Das Ding ist, heute könnte das 500k-Pack im Shop kommen, wo wir dann eine Hero-Karte drin haben werden. 780... 780 plus Hero-Karte und 105 Gold-Karten. Davon sind 5 Stück. 85 plus. Auch wenn wir auf das Video 2000 Likes schaffen. Werde ich... Okay, dann vielleicht. Aber sonst, ich werde es nicht anpacken, Freunde. 25 Euro habe ich gerade bezahlt. Und für einen 500k-Pack werde ich wahrscheinlich um die 40 Euro bezahlen. Ich will auch nicht in die Richtung gehen. Ich wollte es mal mit euch ausprobieren. Ist komplett Müll. PT werde ich niemals einbauen. Komm mal, das Traurige ist, PT kann ja nicht mal in die nächste SBC gehen. Das ist ein 85er Rating. Wir reden ja nicht mal von dem Pack ich in der SBC. Das ist ja nicht mal Futter. Weil wir dann noch Time-Pack hatten, habe ich aus dem letzten Video gesagt, ey, haltet die Team-of-the-Week-Karten noch. Die günstigste Team-of-the-Week-Karte war bei 20 oder 19,5, so rum. Und jetzt sind die teilweise auf 15,5 gedroppt. Aus dem Grund, weil die, ey, heute 81 plus Team-of-the-Week-Packs gebracht hat. Wiederholbar. 10 Mal. Und in 17 Stunden wieder 10 Mal wiederholbar. Und das jetzt für 10 Tage hintereinander. Also man kann 10 Tage hintereinander jeden Tag durch Team-of-the-Week-Packs machen. Wo man, glaube ich, jetzt, sobald ich weiß, nun 83er richtig Rating abgeben muss. Mit Minimum 3,84er. Wenn ihr ein bisschen was fein habt, so rum ein wenig euer Verein voll machen mit Team-of-the-Week-Karten. Wir können ja mal eins öffnen fürs Video. Ich habe zwar noch genug Team-of-the-Week-Karten. Aber dadurch sind halt die Team-of-the-Week-Karten, wie oft ich jetzt das Team-of-the-Week gesagt habe, gut gedroppt. Und man kann nicht mehr so viel Gewinn rausholen wie vorher. Und das wird auch wahrscheinlich wieder so bleiben. Weil für 10 Tage wird es jetzt erstmal die Team-of-the-Week-SBCs geben. Danach beginnt ja schon wieder die Saison. Und dann wird es auch wieder neue Team-of-the-Weeks geben. Deswegen würde ich euch hier empfehlen, wenn ihr auscachen wollt, könnt ihr eure Team-of-the-Week-Karten spätestens jetzt auf jeden Fall auscachen. Okay, zum Abschluss, Freunde. Machen wir nochmal ein Team-of-the-Week-Pack. Ich bin gut gebrochen, weil 25 Euro hier. Klar, ich sage mal, ich habe die nicht selber bezahlt. Trotzdem tut es weh. Ich wollte hier was Cooles rausbekommen. Man wird einfach nicht belohnt. Vor allem mein Account-Gart ist irgendwie komplett tot. Jetzt haben wir nochmal ein Team-of-the-Week-Pack. Ja, okay, naja. Ey, um Gottes Willen, wer bin ich denn hier, dass ich Pack-Clack erwarte? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein. Schönen Weihnachtstag euch und Peace. Tschüss. Tschüss. Alles gemacht, wie es ist, Leute.